Und deshalb heißt die Konsequenz, kein Provinzgenuschel. Wir sind Global Player. Noch eins und ich zahl. Ich nehm die Saitenwürstchen. Die Saitenwürstchen mit Linsen. Und für mich ein großes Bier und die Käsepä... Na, die kleinen Dinger. Halbe und einmal Käsepätzle heißt das. Bitte. Jeschke! Seit wann sprechen Sie Dialekt? Seitdem ich mir das leuchten kann. Und dann haben sie einfach Lotto gespielt. Des heust Lotto. Oisch!